Joanna Chang? Wieso haben Sie Ihren Namen geändert? Sie haben eine große Kanzlei verlassen und ein umweltverschmutzendes Stahlunternehmen in Ihre Heimatstadt zu Fall gebracht. Ich habe recherchiert. Jeder Neuanfang. Joanna Chang, Anwältin des Angeklagten. Lehnen Sie den Fall ab. Sie wurden gewacht. Sie töten jeden, der von Ihrem Geheimnis weiß. Hat seinen Preis. Ich bin hier am Hotel des Gitlom. Dein Vater. Die zweite Staffel. Sie müssen vorsichtig sein. Ich will diese Leute schnappen. Als deutsche TV-Premiere. Wir sind zäh. Hast du noch einen Ass im Ärmel? Na, sag schon. Burden of Truth. Staffel 2. Ab 7. Dezember. 21 Uhr. Auf Universal TV.